Und ja, ich war zuerst dachte, ich wusste nicht genau, was ist, aber die Fragen, die man vorher schon im Kopf hatte, die hat mich schon interessiert. Aber ich habe dann gemerkt, es ging dann langsam immer mehr in die Diskussion, aber als es dann intensiv wurde, finde ich, waren sehr viele Anstöße. Man hat von vielen Menschen gemerkt, wie unterschiedlich sie auch die Situation, die sich jetzt präsentiert, darstellen, dass sie aber alle darunter eigentlich, ich will nicht sagen leiden, aber eigentlich versuchen, damit zu leben und es zu verbessern. Und dass solche Treffen also einen Anstoß dazu geben können, wie man mit diesen Situationen positiv und konstruktiv umgeht.